Vor allem wenn, sing dich mal nirgends, denn nirgends nicht mal nirgends, nirgends auch nirgends. Nicht nirgends, wenn man nirgends macht, man sagt, das gibt es in einem Konzert, aber die Teuchensäge. Keine Frippen, die man in der Leiratsache hat, natürlich man zuhören, trägt man so einen Chauvinisten, das gibt es nicht. Wer ist dabei zu betreiben? Einen. Das tut man einig, ob es keine Frippen mehr hat, ob es noch nur wirklich ein Bibel schmissen, wenn man die Heiligen Taten noch verbracht hat. Er hat vier Jahre, das ist so bedenklich. Er hat nur die Woche geäußert. Keine Frippen, wenn man sich nicht mehr verhindert hat. Ich finde, das muss ich auch, dass ein Bruder in den Nissen, dass er nicht gut ist, aber es gibt zwei, drei Maßen. Einmal, wenn man die Räule mit dir denkt, vor zwei Jahren zurück, vor drei Jahren, nicht in Spindler, wenn sie gewöhnt. Ich habe die Erfahrung mit dem Himmel, durch den Rhythm des Nisses. Ich habe die Erfahrung mit dem Duren. Wenn du dich zum Montag hast, wenn du dich mit dem Duren machst, dann machst du dich dort.